Blasen und zerplatzen 10.000 GIL 1.50 GIL Lauf, 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 lauf Äh, okay Wo bekomme ich da erst recht hin? Frage Antwort Bitte Irgendwie so Hier lang oder was oder wie oder wo oder Oh, warum Oh, cool Warum sage ich jetzt Kohaku, ich weiß nicht Ich bin gespannt Apropos Kohaku Ich habe schon die Staffel 3 von Dr. Stone Wird Wo muss ich denn jetzt Lang Von hier komme ich Ach hier Ach stimmt Es gibt ja lupende Maps Man sollte das auch beachten Diamant Helm Diamant Handschuhe Rosetta Steine erhalten Aha Also man das ist Erstmal das Diamant Ich erprüfe 2 noch mal Äh, Diamant Helm 2 noch mal Nice So wertvolles Rosetta Stein Eine antike Schrift ist mit diesem Stein gemeißelt Ah Das ist das, in der wir dann die Schrift da lernen können Und die Sprache Jetzt nimmt die Frage Äh Wo komme ich denn jetzt mal drunter? Äh Ja hier nicht Das ist ja nur Wo ging es denn? Ist doch noch irgendwie Keine andere Treppe mehr Ich habe ehrlich gesagt Keine Ahnung mehr Vom Wassertempel Also vom Ja doch Wassertempel Ne Meeres Tempel Schon seit Ewigkeiten Seit Ewigkeiten Eigentlich vorgest Ja aber Irgendwie weiß es Rosten nicht mehr Wo es dann geht Das ist nur die Frage Wie kommen wir jetzt nach unten? Guck mal Sicherheitshalber In die Lösung rein Weil Ich will jetzt nicht hier In der oberen Tasche rumlaufen Ne Das ist schon mal Nicht die richtige Ebene 3F Ist auch nicht die richtige Ebene Wo bin ich gerade Dritter Stock Nee das ist nicht ganz richtig für das ist nicht ganz richtig Entschuldigung Entschuldigung Wenn es mir falsch ist, Serge kann man sich nicht angst Möchtung sich in der Oberen Tasche rumlaufen Ich muss wirklich nach Ruhe und dann nach dem Westen. alles klar ich wollte gerade schon die spiel abtaste benutzen das reflekt war ich seit weil ich würden ja ja schon selber aufgenommen habe ich gerne einfach mal kurz hoch und heil mich voll sicherheitshalber und dann diese rennen kann nicht werden außer die geist ist ja nichts gefährlich momentan gefühlt hier ist noch ein tool die ich vergessen habe diamant panzer das haben wir auch noch und haben wir komplett eis aufs diamant meist resistent gegen blitze weiß das haben wir alles aufs diamant das geht nur in never right und dann sollte minecraft mitzulassen wenn ich keine ahnung habe von dem neuen zeug ich habe keine ahnung von never right wie das funktioniert der neue scheiß da das ist jetzt auch schon zwei oder drei versionen drin der kram habe ich mich ja nie beschäftigt mit weil man minecraft spiel ich ja eh inzwischen nur noch mobfax wo zum ficken ist das noch mal gut ich hab's schon vergessen hinterhalt das ist natürlich das richtig super ich meine ich kann eh wiederbeleben ohne ende aber sehr kacke wenn der dvp verpasst machen einfach nur schaden ohne ende wie sicher dann müssen wir machen das hier ach da da rechts da rechts was 130 schaden halt auch 150 schaden und eine paralyse und geil wenn du pech hast paralysiert die gesamte gruppe dann bist du tot so alter schock was hast du schon das die ebene wo wir raus konnten oder noch nicht drachentöter was am krieg von einem drachentöter achten habe schon ein schwör das effektiv gegen krachen ist ich war schon so viel schaden dann bräuchte es nicht so genau hier doch hier war es nicht der aufstieg gut dass ich das nach 20 minuten merke ja schade das ist die einmarschung nicht mehr gibt na ja auch hier aus dem mpc mein gott im senkel so einmal bitte schlafen gehen auch ganz kleine kill kostet ich habe eine kohle so dann geht es nämlich jetzt an die andere hälfte des dungeons und dann haben wir auch schon kraken bald so schön wir können nämlich den auch endlich mal erledigen speichern aber ich kann den stecken steht nicht speichern sprechen muss direkt hatte als spiel geht echt nicht allzu lange ich habe es wahrscheinlich den stunden vielleicht so keine ahnung 14 stunden oder so dann haben es gleich durch ungefähr als kommt ja nicht mehr viel nicht mehr so mega viel weil die ganzen bundes dann schon sie fand ich ja weg die gibt es ja nicht und das ist eigentlich aber auch nur auch nur dann scrolling mehr ist das nicht die bundesdienste sind den gpa remake das ist dann einfach nur noch studieres runterlaufen um poste besiegen als es hier hier ist das da selber überhaupt kein story ja zumindest mit meinem ist ein story überhaupt spiel also ich musste jetzt nicht noch mal mitnehmen gesagt ganz im besten wäre das angeblich wahrscheinlich hier irgendwo da dann bin ich irgendwie instinktiv den anstrengenden richtigen weg gegangen hätte ich noch aus etter stein hätte ich den ganzen normalen neuen latschen müssen das wäre nicht so geil gewesen hat er gerade 1000 schaden gemacht hat er gerade 1000 schaden gemacht wie gescheiße dass der monke er ist so übertrieben ganz hart so so da und das kleine türe und tschüss mit dem ganzes habe ich echten guten griff gemacht wir sind echt geil stimmte in dem account und auch noch hinterhalt das ist super nicht nicht auf den senken drei alter auch ja kommen jetzt mal bei macht eigentlich mal danke meine der umgang muss ich hin auch ja ja fließt und auch hier so dankeschön da geht es noch weiter hoch aha aha okay ich ändere mich ich in der mich ja wenig ich könnte den ganzen sogar drei viertelstunden als insgesamt drei viertelstunde aufnahmen durch haben es ist echt nicht mehr viel was fehlt nix ganz viel gelatsche und ich war sicher die wirklich viel schaden machen gerade geld also geld ist halt ich das gemache kommt deine mutter sind warum die auslinie verküppelte nager aber okay wir haben sie aus hausende pk so jetzt runter aber ist glaube ich schon da wenn wir jetzt nicht über 50 jungen tücher kommen die mal auf den senkel gehen wollen jetzt ich wollte gerade eben schon sagen wir haben schon lieblich hätten keine falle gehabt ein paar wasser elementare die sind jetzt nicht so mega schwer ja ja ist so gut so hier ein bisschen ep aber sind ja zu schlanken geld super es ist ja nicht als hätte ich und das ist 1000 weil sie gegen anscheinend ist das geld geben ich habe übrigens gar nicht so Vielen Dank.